Wie bei Tausend und einer Nacht verzaubert die Königin Jordaniens mit ihrer atemberaubenden Schönheit. Kaum zu glauben, dass Rania bereits 50 Jahre alt ist. Mit ihrer langen Wallemähne, ihrem Traumbody und dieser Ausstrahlung kann die gebürtige Kuwaiterin mit Hollywood-Stars und Topmodels mithalten. Die Auftritte auf royalen und politischen Bühnen meistert die vierfache Mutter mit einem Stilmix aus glamourös, extravagant und klassisch elegant. Gemeinsam mit ihrem Gatten König Abdullah II. von Jordanien und Kronprinz Al Hussein ist die Brünette zu Gast in Washington, D.C. US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill empfangen die jordanische Königsfamilie vor dem Weißen Haus. Während sich Jill in ihrer Garderobe wohl an dem strahlenden Weiß ihres Wohnsitzes orientiert hat, erstrahlt die jordanische Königin in einem knallroten Dress. Ein perfektes Outfit für den Red Carpet. Als hätten sich Rania und die First Lady abgesprochen, verschmelzen ihre Looks kunstvoll mit der Kulisse des amerikanischen Regierungssitzes. Während die beiden Damen ihren Blick vom Balkon schweifen lassen, können wir unsere Augen hingegen nicht von der Lady in Red lassen. Neben der Signalfarbe ihres Kleides ist vor allem eines der Blickfang. Die XXS-Taille der 50-Jährigen, die sie mit einem Maxigürtel in Szene setzt. Ein Stückchen orientalischer Zauber in Amerika.